Ein Spiel. 90 Minuten. Stück für Stück, Spielzug um Spielzug, bis wir am Ende sind. Jeder Einzelne wird alles geben. In jeder Minute, in jeder Sekunde. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück, Stück nach oben. 90 Minuten jeden Zweikampf wahrnehmen. Nur so gewinnt man. Ja, du gibst dein Bestes. Du gibst dein Allerbestes. Versprich mir, dass du alles versuchst. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Ich kann nur sagen, seht euch den Mann neben euch an. Seht in seine Augen. Und ich glaube, dann werdet ihr jemanden sehen, der genauso denkt wie ihr. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern. Weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt, dann tust du dasselbe für ihn. Das ist ein Team, Gentleman. Ich bin ein paar Mal. Nein, ich bin ein paar Tage. Ich bin ein paar Tage. Ich kann nur die Frage, als ich vielleicht nicht ihn besch stabilityte.